Leider ist es gar nicht so einfach, Audio-Dateien in GarageBand reinzukriegen. Der Befehl OpenIn, der für iMovie usw. gebraucht werden kann, der funktioniert hier aus vermutlich lizenzrechtlichen Gründen nicht. Wenn du in den Loops nachschaust, hast du nur die vorhandenen Audio-Dateien in GarageBand. Das sind zum Teil auch Geräusche und du hast Zugriff auf deine Musikbibliothek, aber in Schulgeräten ist die ja normalerweise leer. Die einzige Möglichkeit, um wirklich zusätzliche Geräusche und Musik in GarageBand zu importieren, funktioniert über iTunes auf dem Mac. Du siehst hier, wenn ich das iPad anschließe, kommen da immer solche Fehlermeldungen. Die werden einfach immer abgebrochen oder ignoriert. Und wenn ich jetzt auf das iPad klicke hier oben, so wähle ich Apps und scrolle hier auf der Seite ganz nach unten. Und hier findest du die Apps, über die Dateien ausgetauscht werden können, unter anderem auch GarageBand. Und ich habe jetzt von einer Webseite Geräusche auf meinen Mac geladen und die kann ich jetzt hier bequem in dieses Fenster reinziehen. Und wenn ich anschliessend synchronisiere, dann siehst du, wenn du wieder zurück im iPad bist, hast du hier jetzt einen neuen Reiter, Audio-Dateien und diese drei Geräusche sind neu da.